so willkommen zurück wir machen genau jenes kennt man wie sie doch aus wie ein Yeti also kann die auch ein Yeti sein. Ich will kein Yeti sein. Du siehst aus wie ein Yeti. Stell dich nicht so an. Ich nicht. Okay die Tres hat auch kein neues und die hat halt noch im letzten Jahr. Die Widow hat keins. Oh schade. Der hätte bestimmt eins gestanden. So ein sexy Yeti gibt es diesen Jahr für den Winston. Ja das war klar oder? Ja ein bisschen. Sibirische Front. Das ist bereift vom letzten Jahr. Die hat auch kein neues. Die Zarya. 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 Und Zenyatta. Den habe ich auch noch eigentlich. Da habe ich noch einen sogar. Den Nussknacker. Den habe ich sogar. Der hat aber keinen neuen gekriegt. Schade. 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 Ich könnte den Nussknacker wieder anpassen. Schade aber auch. Ich hätte jetzt keinen den ich mir unbedingt kaufen werden würde. Holen würde. Hm. Match. Hey wir haben ein Match. Das finde ich ganz nett. Wir haben ein Match. Tschuldigung. Einer von denen ist. Schon mal eine Eiswand hochgeklickert? Schon mal eine Eiswand hochgeklickert? Schon mal eine Eiswand hochgeklickert? Ich geklettert nicht geklickert. Ich klecker jeden Tag. Ja das glaube ich dir auf jeden Fall. Alter wir drücken da schon wieder nicht auf weiter. Überspring noch mal. Mann. Drei Leute. Okay allesamt. Du bist ein Jäger. Los. Los und stirb nicht. So hoffentlich seid auch so ein Yeti wie ich ja gerade. Ein Noobie. Genau. So ein Noob der direkt kaputt geht. Die. Da in. Ähnlich. Ah. Ich weiß jetzt wie ich bin. Ja weil ich genau da bin. Ich habe den Dreh raus. Ah ich hasse das immer. die unser box muss man eben ganz gut heilen super fähig das war die erste ich weiß nicht wer das war ich was nicht ich drücke nie ja und die falle ausgelöst drauf 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 ich bin jetzt gestorben ja er aber auch box erhalten ja ich brauche noch zwei siegen alle eingekillt hat da ist nicht drauf verfolge mir gerade was soll jetzt weil ich liebe ja aber trotzdem nur nur schnelle Runde schnelle Lunde auch noch zwei siege ich weiß gar nicht wann ich die einstellen wie ich die verteilen soll oder jetzt über weihnachten vielleicht einfach so werden die folgen einfach jetzt kommen das werdet ihr aber wahrscheinlich schon gemerkt haben weil wir haben ja schon ein paar aufgenommen so warte auf spieler so einfach springt zack aber auch überspringt hast du den 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 anklang an am gold disney gehört ich jetzt gar nicht mal gekriegt ja ja schneekönig das war nicht schon immer ja habe ich schon immer irgendwie gesagt eiskönigin ja die macht doch da andeutungen dran sind da liegt doch ein bisschen ein bisschen abgeändert ich habe wo bist du oder grüne punkt ist meistens was auch sein leben auch nicht sterben wäre ganz wichtig ja ich kann jetzt gleich nicht wieder ein nur wo sind wir eben doch vorsicht ja ich sterb nein macht er nicht bevor ich mich ein eisen konnte das kann schon mal passieren der winter kommt dieses jahr früher früher der ist aber gut so gut habe ich es nicht hingekriegt oh nein er hat oh nein ich bin auch tot ui 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 zwei leben noch das wird knapp wenn jetzt noch ein stück fleisch dann haben wir die popo karte ja dann müssen wir uns sehr gut verstecken würde ich sagen so oh es geht ins ins endprodukt habt ihr habt ihr echt ne der zwei von euch getötet ne ich nicht doch ja ja aber der zwei getötet der zwei die kills naja wo es war und ich wissen viele andere deswegen aber dafür haben wir jetzt ein paar mal schon gewonnen so wir haben recht schon mal auch ein yiti im hause drückt doch auf wir immer springen das ist immer das gleiche intro live an die lehrtaste gedrückt halten ja zum ende hin ein einziger zum ende hin das gibt es nicht ich will spielen mach ich jetzt auch so wer läuft hinter mir so schade keiner naja der ist da oben da ist er hab ihn das heißen ist unser yeti yeti unser box so da kommt es erstmal nicht raus mein freund das wollen wir mal nicht hallo ich habe gesagt nicht da raus das ist so das sind dann nicht von mir jedes mal ura und die nache macht mich los ich kann letzten mal auch schon ha 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 holler weg mit dem ha schnell mal in der reis wenn man als Eis werden hier das ist ein Block Da mach ich grad auch. Ach guck jetzt mal drauf, weil der hat nicht mehr viel. Nö. Alle mal drauf! Okay, der hat jetzt ein Stück Fleisch, aber das sollte nichts mehr ausmachen. Ja! Jo! Strike! Strike! Keiner ist gestorben. Nö. Doch ich, oder? Den haben wir auch schon mal gestorben. War ich einmal tot? Ne, stimmt. Ich war nicht tot. Ne, stimmt. Team Leben 5. Stimmt. Ja, hast du gesehen, wie ich den hochkatapultiert hab? Doch, einer ist gestorben. Ja. Boah, ich war nicht. Papa, 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 Papa. Zwei Siege noch. Zwei Siege noch? Achso, dann hast du das nächste. Ich kann nix mehr, ich krieg nichts mehr. Alles noch ne Lootbox. Ne, ich krieg nix mehr. Ja, stell noch eine Instanz. Eine, 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 eine Seite noch. Warte auf Mitspieler. Geh nämlich immer gerne hier hoch. So. Ja, danke. Ja, danke schön. Nicht woanders rum. So, geh los. Ja, ein Spiel, der... Oh, nein. Einen Spieler, der wieder nicht auf... Leertaste... Glück halten kann. Wer ist aus dem Match raus? Ist einer aus dem Match raus? Okay. Ne, ne. Ich hab eingel... Eingeluckt? Alter, hart... Wenn ich immer aufhören damit... Ja, da blockieren, nur weil bei mir hätten wir dann schon... Hätte ich nämlich schon längst sich tim können. Sehen. Ich seh. So auch. Ich komm da immer von der anderen Seite. Haha. Ich geh immer da, wo die meistens zuerst hingehen. Oh, ich muss weg, ich muss weg. Ich hab nicht mehr viel Leben. Drei Sekunden muss ich mal oben aus dem Geschehen sehen... Ahh... JJJJJJJJJJJJJ JJJJJJJJJJV That's were Aber Hacher! Doppels! I need you, JETI, 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 JETI... Der Señ ist weg, jET sundern, dann hast du mal geblasen zum Herben... ja ich schaffte aber ich habe es auch immer versucht zu kommen aber geht nicht immer da ist da oben der hat das dritte Stück ich habe ihn verloren da sind die schlucht sprung aber das ist mir auch schon passiert ist echt schwer einfach versuchst wegzukommen dann kann es auch schon mal passieren dass in die schlucht fliegs trinkst ist dann ärgerlich so was ja die lüge die lüge die lüge vielen dank fürs zuschauen tschau mit v